Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie du vielleicht merkst, hat das Bild sich verändert. Das ist viel, viel klarer als vorher. Das liegt daran, dass ich eine neue Kamera habe und mag auch sein, dass der Ton etwas anders ist. Da bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Also ich bitte dich um ein bisschen Nachsicht. Wenn das eine oder andere einfach noch nicht so klappt, noch nicht so toll funktioniert oder nicht so gut klingt. Heute möchte ich kurz über den Sinn des Lebens eingehen, weil über das könnte man Stunden diskutieren. Und so auch nur aus meiner Sicht, was ich hinter dem Sinn des Lebens erkannt habe und erkenne. Wenn der Mensch beginnt zu entdecken, dass es mehr gibt als nur Erfolg haben, Geld verdienen, weiterkommen im Leben, dass es da noch mehr gibt als nur Materie, macht es das Leben schon mal viel, viel interessanter, einfacher. Man tut sich einfach in gewissen Dingen leichter, weil man ein gewisses mehr versteht. Dann beginnt das Erforschen. Was kann ich? Warum bin ich hier auf der Erde? Was sind meine Aufgaben? Was ist meine Berufung? Und wenn man dann das entdeckt hat, dann habe ich das Gefühl, dann geht es erst richtig los. Weil viele denken, dass da dann das Ziel liegt, da der Sinn des Lebens ist. So habe ich früher auch gedacht. Aber dann geht es wirklich erst richtig los, denn dann wird man sich bewusst. Bewusst sein. In allem, was wir tun, in allem, was wir sind. Und das habe ich schon öfters gesagt, wenn ich glaube, so jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, was los ist, was Sache ist, tun sich nicht nur Türen auf, sondern Tore. Und das ist mir auch in letzter Zeit geschehen. Und hier nochmal vielen Dank für die Geschenke, die ich bekomme, für die Wertschätzungen. Ich habe da auch ein ganz besonderes Geschenk erhalten, wo sich eben solche Tore öffnen. Und das überrascht mich immer wieder. Und diese Tore würde ich übersehen, würde ich es nicht bewusst erleben. Entschuldigung. Und dieses Bewusstsein ist für mich im Augenblick der Sinn des Lebens. Viele fragen auch, ja, was ist meine Berufung? Da hat es dann schon einmal einen wunderbaren Satz gesagt, den ich dir gerne vorlesen möchte. Die Berufung entsteht in einem täglichen Tun, ohne dass man aus einem bestimmten Druck, Zwang oder irgendeiner Zielrichtung heraus handelt. Das ist in meinen Augen die Berufung. Bei mir ist es das Channeln bzw. Kanal sein von Informationen weitergeben, Energien weitergeben. Und die Aufgaben, deine Aufgabe ist es jetzt gerade dieses Video zu hören, meine Aufgabe oder anzuschauen und meine Aufgabe ist es, dieses Video jetzt zu drehen. Wir haben viele Aufgaben. Ich weiß schon, was du meinst mit Aufgaben, also wichtige Aufgaben, nennen wir es mal so. Da hat mir die Kabbalah sehr geholfen, dass ich die Lernthemen erfahren konnte. Also meine Aufgabe ist es, diese Lernthemen zu verstehen, im Alltag einzubauen und dadurch werden auch diese Aufgaben einfacher für mich. Aber diese Aufgaben, diese Lernthemen, ich glaube, die begleiten uns ein Leben lang. Aber sie verändert sich ständig. Berufung bleibt die gleiche, wobei ich auch hier eher das Gefühl habe, dass wir nicht nur eine Berufung haben. Also wie du siehst, da könnte man lange darüber diskutieren und reden. Jetzt mache ich mal das Channeling für dich und ich bin gespannt, was für Energien da sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist immer, immer einfacher für uns, der geistigen Welt, den Energien, den Wesenheiten, diesen wunderbaren, menschlichen Körper zu berühren, zu nutzen, um dir, der du da zuhörst und zuschaust, Informationen weitergeben. Es wandert sich enorm, deine Feinfühligkeit, deine Spiritualität, dein waches Bewusstsein. Es wandert sich im Augenblick so vieles, dass du da oder dort gefordert bist, überfordert bist vom Leben, von deinem Körper, von deinen Gefühlen, Emotionen, deinen Gedanken. Doch dies geht vorüber. Es ist ein Durchgehen durch eine Tür für den einen, durch ein Tor für den anderen. Und der eine oder andere von euch vermag schon spüren, diese Ruhe, die hinter dieser Tür ist, die hinter diesem Tor sich befindet. Dein Körper braucht immer wieder Anpassungsphasen für diesen hohen Energien, für diese Klarheit, für deine Wahrheit. Wahrheiten verändern sich je nach deiner Entwicklung. Klarheiten verändern sich ebenso und diese beginnen meist, im Körper erst zu wirken. Und dann bist du überfordert, dann wirbelt es in deinem Körper, dann wirbelt es natürlich auch in deinem Leben, weil alles, was in dir ist, ist auch im Außen und wächst dadurch. Dein Bewusstsein wächst dadurch. Deine Aura, dein Energiefeld. Doch sobald diese Portal-Tage vorüber sind, wirst du mehr und mehr diese Ruhe spüren, die der eine oder andere von euch schon wahrnimmt, die wir, die geistige Welt, bereits sehen können. Es ist immer wieder eine Waschmaschine, die du spürst. So wie du deine Wäsche wäschst, so wird auch deine Aura gewaschen, dein Körper gewaschen. So hat der eine oder andere Durchfallprobleme im Augenblick, hat der eine oder andere Halsprobleme im Augenblick, weil sich da Blockaden lösen, nicht unbedingt. Es geht nicht immer darum, Blockaden zu lösen, Blockaden zu entdecken. Es genügt auch in dieser neuen Zeit, dass du Aufmerksamkeit dem widmest, was dein Körper dir zeigt, was er dich fühlen lässt. Und bei vielen löst sich dieses dann einfach auf. Und ich bitte dich jetzt, dass du nicht mit dir harterst, wenn das mal nicht der Fall ist, dass sich gewisses einfach bei dir auflöst und beim anderen nicht auflöst. Oder umgekehrt, dass sich vieles bei anderen auflöst, aber bei dir noch nicht auflöst. Ja, das Beispiel, das ich zu Anfang angesprochen habe, hat dann unter anderem auch mit Neid zu tun, die beim einen oder anderen hervorkommen kann. Und was heißt es, neidisch sein? Was bedeutet dieses? Sein dürfen, wer und wie du bist. Denn in der Zukunft gibt es diese Neidstrukturen nicht mehr. Ich weiß, dein Verstand kann diesem Gechannelten jetzt nicht folgen. Es ist ja zu meinem Vorteil, wenn etwas bei mir besser läuft als beim anderen. Ist dem wirklich so? Manche unter euch, die sich Lichtarbeiter nennen, stellen nämlich hier und da immer wieder ihr Licht unter den Scheffern. Trauen sich nicht, besser zu sein als andere es sind. Und es ist wichtig, dass du dein Licht hervorkommen lässt, dass du tust, für was du hier bist und dein Licht nicht mehr unter den Scheffern stellst. Hierarchie gibt es auch bei uns, der geistigen Welt. Da oder dort haben wir höhere Frequenzen, mehr Wissen als manch andere Wissen. Und wir sind in diesem Bereich dann wirklich besser als andere. Und andere wiederum besser in ihrem Bereich als wir es sind. Was wir dir damit mitteilen mögen ist, lass dein Licht da sein. Traue dich, auch in gewissen Bereichen wirklich besser zu sein. Denn überrascht bist du oft nur von dir selbst. In der Zukunft mehr. In der Zukunft mehr. Schon oft haben wir dir mitgeteilt, dass sich viel Neues in dir auftut. Und beim einen oder anderen zeigen sich dann sogar Panikattacken. Kennst du das? Dass da so plötzlich eine enorm kraftvolle Energie hervorkommt, die du zu Anfang versuchst zu unterdrücken, es dir dann nicht mehr gelingt und du eins wirst mit dieser Kraft und sie dann titulierst als Panik. Doch in Wirklichkeit könnte es auch einfach etwas Neues sein, etwas Kraftvolles sein, das in dir erblüht zum Vorschein kommen mag. Panikattacken sind nichts Angenehmes für den Menschen, absolut nicht. Doch beobachte mal diese Kraft, die da erscheint. Denn durch das Beobachten wirst du mehr und mehr dir dessen bewusst und veränderst sie durch dein Bewusstsein. Wir sprechen dieses Thema nur darum an, weil wir entdecken, dass bei vielen im Augenblick Panikattacken vorhanden sind oder sie denken, dass es das wäre. Und denkt daran zu atmen. Ihr Menschen glaubt, dass es das Normalste sei, zu atmen. Doch der Körper reagiert ganz anders. Und wenn du tief durchatmest, kannst du schon sehr vieles lösen und verändern. Es entsteht Neues in dir. So kannst du auch nachfragen, ist das jetzt etwas Neues, das ich erfüllen, anschauen, sehen, kreieren darf in mir. Und auch das geistige Sehen wird überbewertet. Jeder von euch kann geistig sehen. Jeder, absolut. Doch immer wieder erkennen wir, dass ihr Menschen denkt, wenn du geistig sehen solltest, dass du da Farbbilder siehst. Dass du da ganz klar und deutlich siehst, wie wenn du in einen Spiegel schauen würdest oder im Fernsehgerät einen Film anschaust. Doch dem ist nicht so. Und meist ist es so, dass du Bilder von anderen Menschen empfängst. Wenn du dir einen Apfel vorstellst, dann siehst du diesen Apfel. Verschwommen, nicht ganz klar. Wenn du dir dein Schlafzimmer vorstellst, auch wenn es noch ein Durcheinander ist und du es noch nicht sauber gemacht hast, wie du es dir denkst. Siehst du, siehst du es verspommen. Und das ist gut so. Dies ist geistiges Sehen. Verstehst du? Und dieses kann und tut jeder. Wird oft auch als Fantasie abgetan. Doch. Gibt es Fantasie? Du könntest es nicht sehen, würde es dieses nicht geben und existieren. Der Geist verändert sich enorm. Körpergeist und Seele. Mit diesem hast du dich schon oft beschäftigt. Doch der Geist wandert sich und tut im Augenblick enorm vieles für dich. Was dir gar nicht bewusst ist, was er für dich alles tut, aber du erfüllst, was er für dich alles tut. So kann es dir plötzlich leicht werden ums Herz oder manchmal auch schwer werden ums Herz, weil dein Geist etwas loslässt, etwas bearbeitet oder etwas loslassen konnte und bearbeitet hat und dann Leichtigkeit in dir erscheint. Wir begleiten dich. Du bist niemals allein. Marius. Danke, danke dir. Dankeschön. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.